Tischtennishelden. Conquer the table. Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Janni Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute zeige ich euch endlich meinen vollendeten Raumumbau. B18 ist endlich fertig und wir gehen jetzt mal rein. So, wir haben den Boden gelegt, Laminat, endlich reingemacht, weil hier einfach Steinboden drin waren. Wie ihr seht, wir haben hier gestrichen, das war ziemlich viel Arbeit, weil es einfach auch Strukturwände waren. Wir haben hier, seht ihr schon, auch uns Lampen besorgt, das heißt für eine bessere Beleuchtung, können wir dann halt auch immer schön alles ausleuchten im Raum hier. Genau, wir haben hier einen schönen Tisch noch endlich besorgt. Ein Blau, erst hatte ich einen Grün, aber mir hat das nicht gefallen. Hier ist das Regal, ist noch alles ein bisschen chaotisch. Besonders Highlight ist natürlich hier unsere Materialwand. Hier haben wir mal alles einsortiert, schon mal von unserer ersten, unserem ersten Paket, was wir von Contra bekommen haben. Dazu werde ich alles noch einzelne Tests machen auch, das wird alles diesen Monat gedreht. Vergesst nicht, Heldencode, 5 Euro Rabatt, ab 10 Euro Mindestbestellwert auf jeden Artikel, egal ob es ein Buch ist, ein Tisch, ein Reiniger, immer 5 Euro Rabatt runter, auch auf bereits reduzierte Artikel. Das ist der besondere Clou bei dem Gutschein. Hier haben wir eine schöne Tafel gebaut und zwar ist das einfach Plexiglas mit einer Tafel Folie, haben wir dann beklebt und dann hier an der Wand montiert. War ziemlich viel Arbeit, aber ist dann auch was Besonderes, weil es wirklich was Eigenes ist. Genauso wie hier diese Leisten, die haben wir dann auch selber gebaut, weil es einfach keine passenden Regale gab für Tischtennis. Ja, Beleuchtung ist einfach super. Es ist endlich Strom hier. Wir haben eine Steckdose, das heißt wir können auch mal Musik anmachen oder Lampen hier machen, das war mir besonders wichtig und es ist einfach richtig schön groß hier. Wir haben noch ein paar Haken montiert auch an der Wand, die sind noch nicht alle befüllt, aber hier seht ihr schon, Koordinationsleiter hängt hier, weil einfach an die Wand kommen noch einige Trainingsgeräte auch, die Reifen und noch weitere Sachen, dass alles auch immer griffbereit ist für die Videos. Ich muss sagen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, diesen Raum zu bauen, nach meinen Vorstellungen vor allen Dingen. Es hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Auch danke nochmal an die Hilfe von meinem Papa und von meinem Bruder. Ohne die hätte ich es nicht geschafft und auch von meinem Kumpel Björn, der mir tatkräftig beim Streichen geholfen hat. Es war schon viel Arbeit, weil es einfach ein Lagerraum war, den wir komplett umgebaut haben, aber er ist einfach für diese Videos ideal, weil er einfach sehr schön groß ist, er ist geräumig. Wir kommen hier 24 Stunden am Tag rein, das heißt wir können wirklich dann drehen, wann wir Zeit haben und wann wir können. Das ist dann auch einfach schöner, weil ich dann auch viel frischer bin, wenn ich mal tagsüber für euch drehen kann, weil ich einfach in der Vergangenheit zu oft nachts oder spätabends drehen musste und dann einfach auch auf der Schöpfer. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr wie ich. Es werden hier richtig viele geile Videos für euch gedreht. Ihr seht, er ist voll voller Sachen, die nur darauf gewartet, abgedreht zu werden. Also, macht's gut und haut's weg. Euer Yannick Borsche. Ciao, ciao.